Herzlich willkommen zum neuen Part... also zum 10. Part. Das ist jetzt der nächste von EI. Ja warum? Weil ich es kann. EI war nur weil ich es kann. Genau, weil ihr die besten Rennen schreibt und zahlreiche Video packt. Aber ich würde mir wünschen mehr Kommentare oder halt an solchen Videos zu sehen. Ihr könnt ja mal das Video so rumgehen wenn ihr wollt. Ich zwing euch nicht dazu, ihr könnt das nicht. Macht das nur real Spaß dann habe und versuche halt den Leuten Spaß zu vermitteln. Ok. Drücken sie RB um Angriffe vom Gegner abzublocken. Starten sie einen Gegenangriff in den sie Blocken kurz bevor sie getroffen werden. Das war ein kurzer Aufstoß, sorry Leute. Resultieren in einen schnellen Startangriff. Ok. so dass wir morgen seinen Weg erhalten haben. Wie geht es an der anderen Seite? Es macht den Platz ein. Ja, es macht den Platz. Und dann geht es euch. Wie geht es? Ich nehme dich. Ich nehme dich um Angerai oder zu vermit. Ich habe eine Lagange, so ein Abrahams. Das war's. 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 Hau ab, Täubchen! Wir werden nicht nachgeben! Versuche, nächstes Mal besser mitzuhalten! Aus dem Weg! Hier drüben, Fremder! Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des Herzens der Quälerin hier, erinnerst du dich? Ich bin der Weg! Meine Kissen brauchen eine Füllung. Der Schwertträger kommt. Der Schwertträger kommt. Ich würde sagen, hier beenden wir diesen Part. Wir sind zwar mitten in dieser Challenge drin, aber es muss sein, weil ich mache ja nicht länger als einen halben Stunden Part. Sorry Leute, das war es für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked oder kommentiert diesen Part. Wenn nicht, dann nicht. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.